Hallo und herzlich willkommen zu euren Tornado's Dream. Heute spielen wir mal ne Runde Black Ops 3, aber wir werden heute nicht ballern. Nein, wir gehen in die Bonus-Sache rein und zwar freier Modus. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Freerunner-Ding. Und ich hab hier schon mal angefangen und zwar wollen wir jetzt mal meine Bestzeit knacken. Hier sieht man's schön unten links. Ich habe 2,18 geschafft. 2,18,3 und ich würde mal vorschlagen, wir probieren einfach diesen verdammten Kurt, äh, Kurs zu knacken. Äh, Kurt zu knacken, Kurs zu knacken. Mal sehen, ob wir es schaffen unter 2,18 zu kommen. Ach, übrigens ist das jetzt die erste Testaufnahme über die Playstation. Ich nehm direkt über die Playstation auf und meinen Sound hier nehm ich einfach mit meinem lumpigen Headset auf. Deswegen wundert euch nicht über den Sound, aber ich denke auch mal, das geht eigentlich ganz gut. Ich hab mir so einen eigenen kleinen Plop-Schutz gebaut vor dieses kleine Futzel-Mikrofon, damit ihr das hier nicht die ganze Zeit macht. So, komm, ich bin gespannt. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ob ich das wirklich packen kann unter 2,18. Ich muss mich sehr konzentrieren wahrscheinlich, also. So, okay, auf die Plötze, fertig, los. Es geht los, wenn ich über die Linie bin. Und hoch. Nochmal. Boah. Ja, schön die Ecken schneiden. Ich liege gut im Rennen, glaub ich. Und da müssen wir schon mal unten durchrutschen. So, auf dem Arsch lang gepulsert. Weg. Welch ist er? Komm rüber, jetzt einen Sprung und rutschen. Boah, das war geil. Ja. Komm, ich bin gut im Rennen. Ich kann's packen. Boah. Komm, nehm die Knarre. Aus der Hüfte ballern hier. Und weg. Ich renne gut. Ich bin gut. Ich hab es. Ey, wenn das jetzt wird, wenn das jetzt wird, das ist eine Situation für mich. Ich hab nämlich hier gestern wie ein Eumel probiert und hab nichts hingekriegt. Ah, hier verlieh ich wieder die Zeit. Komm, nimm ein. Was machst du denn da? Ach, scheiße, jetzt liege ich wieder hinten. Och. Hol die Zeit jetzt raus, Mann. Mh. Boah, scheiße. Ich liege ne halbe Sekunde schon wieder hinten. Und runnier. Erstmal schön durchgetaucht. Boah, ey, was ist das bloß für ne Scheiße. Ich hab gedacht, jetzt könnte ich's packen. Weil denn das ist ja gar nicht so leicht hier. Erstmal was anderes außer ballern hier. Komm. Ich glaube, beim Hüpfen falle ich zu viel Zeit, denk' ich mal. Mensch. Ich war so aufgeregt. Jetzt kommt die schwierige Passage hier. Das ist auch ne Kack-Passage. Boah, was? Alter, 226? Ey, überleg mal, wie weit ich noch hinter meiner Zeit bin. Da liegen ja Welten dazwischen Oh Da muss ich erstmal was trinken Da muss ich erstmal verdauen Na, wollen wir es nochmal probieren Und los Renn Renn, du Sauhund Irgendwie Keine Ahnung Irgendwie verstehe ich das nicht Warum ich da nicht so richtig rankomme So, hier rüberjumpt, runterrutschen Hm So, hier, ich ziehe ja noch nicht mal Ich mache einfach auf der Hüfte Hier muss ich einfach nur so ran Ich versuche auch schon Die kürzesten Wege zu latschen Man, da tut mir schon der Daumen Von diesen ganzen Gedrücke hier So, ran an die Wand Oh, der war gut Jetzt aber los Arschbacken zusammengreifen Und gerade Oh ja, das reinrutschen ins Wasser Das ist wahrscheinlich ganz gut Mach jetzt hin, Alter Ach, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so, äh, wortgewandt bin Ich konzentriere mich halt mal hin Leute Wollte schon sagen, meine Fans Ich komme davon eher mal weg Ich finde eher so Ich grüße immer schön meine Zuschauer Das gefällt mir besser mittlerweile Weil Fans So eine Kanaldichte habe ich noch nicht Dass ich von extremen Fans reden kann So, jetzt aber Ey, 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 ich schaffelt Ey, ich schaffelt Ach Willst du mich rollen? 2,18,30? Ich habe mich um kein Stück verbessert? Ey, das gibt es doch nicht Hier, da Das hatte ich ganz am Anfang auch Nochmal Aufgekackt, ey Unter 2,18,3 Müssen wir kommen jetzt Ich bin mal gespannt, wie nachher die Qualität ist von dem Video Komm, Alter, unter 2,18,3 Zu schaffen Wenn man jetzt nicht die Waffen anlegt oder so ein Zeug Können wir das schaffen Jetzt der dritte Anlauf Komm, unseren Rekord, den schaffen wir Und los Rennen Schön die Ecken wieder schneiden Drunter sliden Und Ja, Mann Das kostet Zeit hier So, jetzt die Knarre wieder Aus der Hüfte Bam, bam, bam Jetzt sieht sie gut aus Ey, ich schaffe es Komm, jetzt, komm Unter 2,18,3 Komm mal ran hier Und drin, hier rutscht ins Wasser Hoch hier Oh, ich schaffe es Oh, ich schaffe es Komm, ich schaffe es Ich schaffe es Nein Mann, jetzt, komm Das ist doch nicht wahr Nein Verdammt Freier Modus Nochmal So, nach etlichen Versuchen Probieren wir es jetzt nochmal Mann ey Das ist jetzt der fünfte Versuch Aber los, komm 2,18 Gilt zu schlagen Und ich werde mir jetzt hier richtig Den Arsch aufreißen So, haben wir schon mal gut gemacht Die Zeit Schön runter durchgeslidet Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen Komm, ich möchte die Bestzeit haben Meine persönliche Bestzeit Und runtergerutscht Und raus hier Ja Mist, das war ein bisschen doof So, jetzt wieder hier aus der Hüfte Das müsste mir jetzt ein bisschen mal vergeben Dass ich nicht so gesprächig bin Weil Ich muss mich hysterisch konzentrieren Sonst schaffe ich das nicht Jetzt wäre hier die Knarre Sieben Sekunden Nein 2,18,3 wird doch zu Nein Oh, mein Finger ey Tut mir leid Ich muss mal unterbrechen Und durch Jetzt ein kleiner Sprung Und gleich runter durch Gerutscht Geil wäre, wenn ich hier richtig drauf kommen würde Problem ist halt, dass ich Wenn ich da hinten ankomme Vor Aufregung das einfach nicht schaffe Das ist das Problem Ich bin dann so Ja, ja, ja Ich kann es schaffen Und dann schaffe ich den Rekord einfach nicht Weil ich mich zu sehr drauf konzentriere Auf das ich das schaffen will Aber jetzt Bin ich langsam warm Jetzt die Knarre Durchladen Hier muss man aber nichts machen Außer einmal schießen Und dann auch noch diese Diese Mucke Dieses Gejodel Hört mal hin Ronda Und da war's Super Jetzt komm Und jetzt Jetzt ist es wieder so weit Ich fass es nicht Komm jetzt durch Ja 2,16,6 Einer Rekord geknackt Mann ist das ein geiles Gefühl Alter Später Und dafür hab ich Vorgestern hab ich glaube ich Oh eine halbe Stunde gesessen Und hab das nicht gepackt Jetzt hab ich es geschafft 2,16 Ich bin so krass alter Wollen wir mal gleich Die Bestenliste gucken Und gucken wo wir stehen Kann man eigentlich an die Playstation Auch eine normale Webcam anschließen Also hier die Logitech Zum Beispiel 920C Oder die Logitech 922 Wenn ihr das wisst Schreibt das mal in die Kommentare So Bestenliste Mal gucken wo wir uns da hinsiedeln Condorman Ja R Ja geil Äh Filter Lobby Alle Filter anwenden Okay Ach du Scheiße Wo bin ich denn da platziert Das kann man ja Oh fassbar alter Anfang der Liste Näh Hallo Null Was sind das denn Das für Fake Dinger Sowas gibt's nicht Dann muss da mal Der Erste Irgendwann kommen Das ist doch Ohne Scheiß Bug Sowas gibt's nicht Null 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 Die sind ja noch nicht mal losgerannt Ey Okay dann machen wir gleich weiter Bonus Freier Modus Machen wir mal Wollen wir das Ganze mal ein bisschen Auf die Spitze treiben Hm Also 2016 reicht mir erstmal Auf den Kurs Bin sogar so zufrieden Wir werden mal gleich was ganz anderes machen Ich muss erst mal was eingießen Hätte nicht gedacht Dass ich das so ohne weiteres hier so schaffe So Äh Freier Kurs Also Hier gibt's ja vier Stück Einmal den hier Den Alpha Den hab ich ja Dann halt den mit 3,51 Also Also die beiden hier Die hab ich nur einmal gemacht Und hat auf Anhieb geklappt Aber den hier hab ich jetzt gerade wirklich verbessert Da hatte ich auch vorher so eine Zeit mit 3 Minuten irgendwas Aber Blackout Hab ich noch nie geschafft Und das machen wir jetzt Mal sehen was dabei rauskommt Ich bin mal gespannt Übrigens teste ich hier eigentlich mehrere Sachen gerade Einmal Wollte ich mal wissen wie die Playstation an sich hier Äh wie die Playstation an sich Das hier aufnimmt Und dann hab ich ja auch um mein Headset Um mein Triton Headset Um das Mikrofon So einen kleinen Plopschutz gebaut Das ist auch so ein Test Naja und dann wollte ich allgemein wissen wie die dazu wirkt Naja und dann halt jetzt gerade das Thema Freier Modus Aber Ich hab schon im Vorfeld gehört Dass die Quali nicht so top ist Und deswegen kann Und wird's auch wahrscheinlich wieder drauf hinauslaufen Dass ich einfach wieder Ach du Scheiße Da krieg ich ja die Krise Wo soll ich denn da anfangen Ich geh erstmal in die Linie Okay da lang rennen Also das kann ja nichts gutes werden Also machen wir mal Boah Also wir versuchen jetzt hier keinen Rekord zu machen Wir versuchen einfach nur mal zu schaffen Also ich denk mal Alter auf Wird schön geil Erstmal dass ich hier kaum mal sehe Oder alles schwarz Ja 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 Quatsch mal nicht voll Mehr anstrengen soll ich mich? Okay Ach du Ey man Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Boah Um die Ecken springen Alles nochmal auf Anfang Machen wir doch Ey hier musst du Rüber Also Wenn wir das schaffen ist gut Oh Gott Schwein gehabt Ich würde sagen da haben wir Schwein gehabt Alter ist das geil Jetzt geht's hier richtig runter Oh ich hab grad richtig ne Grenze heute gekriegt So was kann ich ja überhaupt nicht leiden So ne Höhen Boah Regnet's hier Lava Oder was ist das Na egal Jo ich bin unten gekommen Oh geil Jetzt kommen die Säulen Die Säulen der Verdammnis Und weg ist er Welcher ist er Welcher ist er Welcher Ja 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 Super Bitte mehr anstrengen Nein Äh 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 Und dieses Mal machen wir es besser Ja Was war denn das für ne abgefuckte Scheiße Hier Glasscheiben oder was Äh nö Hm Auf die Zeit ist mal geschissen Hauptsache wir kommen durch Ey das ist doch Zu mich jetzt rollen oder was Na das ist ja geil Ui Also das heißt nur im spitzen Winkel da ran Ey das ist doch nicht zu fassen Alter oder Also müssen wir hier richtig vorsichtig Daran auch noch Wann jetzt hier live Ach du jemine Ah haben wir noch grad mal geschafft Oh das Ich bin völlig zu weit Ich bin jetzt völlig brachlos Ich hab das noch nie hier Das ist das erste Mal Weil ich das sehe Na Halt dein Maul Du olle Schreckschraube Oh jetzt kommt wieder Knarre-Action Egal Wollen wir es wirklich so probieren Okay los komm her Bin doch gar nicht so schlecht So ein bisschen Skill hab ich schon Geht's hin? Wo muss ich denn hin? Wer soll denn Wie soll ich denn das verstehen? Wie soll man denn das schaffen? Ist das überhaupt zu schaffen? Und dieses Mal machen wir es besser Hm Tut rell ich nicht Kann man hier auch was Boom 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 Ich verstehe das nicht Oder Aha Ich verstehe Vielleicht so Aha Alles klar Ich hab's verstanden Also Darüber Dann drehen Und dann da hoch latschen Also Boah Ist denn schwer Das krieg erstmal hin Soll ich mir das Hintkriegen Das ist doch Assi Alter Ey Ey Ich komm nicht hinter Ich bin wahrscheinlich der blödeste Sechs Minuten Und 23 hab ich schon Oder ich lauf dahinter Das ist doch nicht fair Oder Ich muss da hoch Ja Okay Ja Ich hab's geschafft Uh Ich bin krass Oh ne Ey Was mach ich hier in die Säule Noch Jetzt Oh Zum Glück Das ist ja auch geil Äh Achso Wir müssen im Kreis laufen Alles klar Komm erst mal In diese verdammte Säule ran Ey Ey Was ist denn Hier los Aber mit Glück Schaffen wir das doch Auf die Plätze Fertig Los So ein Rotz Sag ich dir Hardcore Du wirst doch wohl schaffen Da oben Aufzukommen Äh Weg ist er Ich krieg gleich einen Schreienfall Ich müsste nur irgendwie Geht das so Ganz einfach Ne Wir müssen also im Kreis laufen Okay Komm Komm jetzt Zum Glück bin ich so ein Mensch Der sich beherrschen kann Echt Du elendiges Scheißteil Jetzt kommt Der weggefallen ist ja echt so schnell Die Haftung an den Dingen Jawohl Alter Eih Mann das lässt sich ja richtig sehen Die Zeit war 9 Minuten 48 Und 514 Oder wie man dazu sagt Ach Gott Alter war das so schwierig geworden So das war mein Test von der Playstation 4 Direkt Mal sehen wie es ist Ich werde auf jeden Fall mich jetzt von euch verabschieden Macht's gut Euer Tornado Ciao Ciao Ich werde auf jeden Fall Ich werde auf jeden Fall